Oh, hab ich ihn. Jawoll, Digga. Jawoll, Digga. Nein! Hast du mich doch wieder getötet, Mann. Der ist ja 50. Oh mein Gott. Nein! Oh, wurde das gerade gegeben, Digga. Digga, ich wollte gerade Kickscopen. Och, Digga, der kommt mit Raketenwerfer. So, was geht ab, YouTube? Willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ein bisschen Nostalgie, ja, auf ganz entspannt. Wir zocken heute ein bisschen Black Ops 2. Der Millie ist auch am Start. Wir zocken erst mal ein paar Runden Gun-Game. Dann würde ich sagen, lass mal switchen und hijack. Sag mal, hallo, Millie. Selam. Okay, sehr gut. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich komme mit Maus aus der Tour. Oh, da hat er mich erwischt. Ah, hat er mich erwischt. Was geil ist, gar keine Hacker, Digga. Ja, die haben hier auch Antichit drin, Digga. Ah, da hinter mir. Digga, der will mich degradieren. Oh, ich bin so bad. Digga, ich bin so bad. Nein. Da haben wir einen Klingel klaut. Jawoll. Kap 40. Man kennt ihn. Stark. Oh, die Gegner gehen auch... Die Gegner gehen auch ganz schnell down, ne? Ja. Stark. Okay, vor mir einer. Komm mal rein, komm rein. Oh, wer hat sie viel geworfen? Hölle. Aus der Hölle, Digga. Oh, was war das denn? Nein, der hat mich degradiert, der Wichser. Mann, Alter. Egal, der hängt, Mann. Der leckt einfach. Oh, der hat mich schon wieder degradiert, Bro. Ich komme gleich mit Fall und Bogen an, Alter, wenn das so weitergeht. Oh, erste Runde Gun Game, GG an der Stelle. Der Sternenkrieger, der Allerechte. Ich versuch auf die Schnauze zu bekommen. Nein, das war sogar ich, guck mal, da kann ich angehören, da kann ich angehören. Ne, das sieht man nicht. Gott sei Dank. Wenn du reinkonnectest, ne, das ist so krass. Mhm. Oh, ich dachte, ich knife ihn jetzt, hat er mich gehört, der Bre. Och, woher kommt der denn jetzt, Mann? Aber gut, dass die Waffen mal gewechselt sind. Ja, ja, nochmal. Hä, was? Was war das denn für ein Ping, Digga? Oh, Junge. Nein! Ich wollte die grad knifen. Digga, da merkt man noch richtig, Black of Zwei spawns. Digga, die spawnen so cringe, ne? Uh, Headshot. Och, nö. Komm, lass mal hier einen Ace probieren. Digga, was macht der? Der Messer die ganze Zeit, Junge. Ja, ja, ja. Nein! Feier, naja. Der echte. Der Allerechte, Digga. Och, nö. Komm schon. Der ist immer noch da, oder was? Ey, Mann, Digga, dieser Revolve-Shot. Okay, stark. MSMC. Digga, MSMC, da kommen wieder alte Gefühle hoch, Alter. Ja, wie alt ist dieses Spiel? Wann habe ich das? Äh, 2011 Club. Digga, 2011. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist schon ein paar Jahre her, Mann. Äh, das ist ein Jahrzehnt, Bruder. Oh, Mr. Happy Fanta. Oh mein Gott. Und wisst du, was das Kuriöse ist? Kuriöse? Ich trinke grad nebenbei Fanta, Alter. Oh, stark. Da habe ich ihn. Was ist denn hier? Chicom. Mr. Happy Fanta. GG. Feier, naja. Kann man machen. M8A1. Oh, Digga, M8A1. Stabile Waffe. Der liegt da. Oh mein Gott. Der hat sich hingelegt. Boah, ich dachte, der neift mich jetzt. Oh mein Gott, das ist ja peinlich gewesen. Fisch. Komm her. Komm her. Wo ist der Bray? Wo ist der Bray? Okay, da drüben. Komm, da wird das rausrennen. Komm raus da. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll, Digga. Digga, mein Zielsuchervisier. Man kennt ihn, Digga. Ich bin doch aber krank dafür. Ja, wie habe ich... Das war echt OP. Wie habe ich... Sniper, ich komme langsam rein. Ja, ich auch. Ich komme langsam rein, Digga. Kann man machen. Okay, vor mir noch einer. Vor mir noch einer. Woo! Der ist F50. Oh mein Gott. Nein! Boah! Digga, ich wollte gerade Kickscopen. Och, Digga, da kommt ein Raketenwerfer. Oh! Schade. Aber ich komme langsam rein, ja. Man kommt langsam rein. Wenn man wirklich zwei, drei Rücken spielt. Oh! Links von mir einer sofort. Instant. Oh, wenigstens habe ich ihn geholt. Haben wir noch. Boah, Skar, Digga. Okay, mein Aim hat wirklich gerade... Digga, mein Aim hat ganz kurz... Oh, wenig, Digga. Mein Melee, Mann. Das ist schon das zweite Mal. Digga. Ich komme in dieses Aim nicht rein, ne? Okay, wen habe ich da geholt? Ah, Digga, ich will Melee. Ich will nicht die ganze Zeit holen, Mann. Du hast mich gerade aufgeregt. So, AN. Schmeckt. Digga, dieser Happy Fanta schluckt... Ja, aber ich komme irgendwie noch nicht so auf diese... Oh, die Typ 25. Auch sehr, sehr starke Waffe. Der Feuerrad ist halt... Woo! Mr. Happy Fanta. Digga, Mann. Die ASMR ist so scheiße. Nein! Die Spawns sind manchmal fragwürdig. Boah, habe ich ihn bekommen? Digga, wer chillt in der Ecke? Boah, habe ich ihn. Jawoll, Digga. Jawoll, Digga. Nein! Hast du mich doch wieder getötet, Mann. Nein, hinter mir. Boah, Mr. Happy Fanta, ne? Digga, gab es den Namen umsonst? Bei einer Packung Airwaves, oder was? Sind wir ehrlich? Digga, der snipe schon, der Bre. Okay. Oh, da wollte ich mich... Oh... Okay, der Bre war am laggen. Der war free kill. Nein! 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 Der ist hier hinter mir. Warum nifst du mich denn nicht? Wen habe ich bekommen? Young Soma, Digga, den habe ich gerade schon. Nein! Der hat mir... Was machst du das mit dem Raketenwerfer? Reu dich. Ja. Reu, Digga, Raketenwerfer. Reu, Digga, Raketenwerfer, Digga. Okay, den habe ich. Jetzt haben wir hier die... Okay, habe ich. Habe ich. Der ist er. Habe ich. Ballista? Ja! Erster Bruder. Oh, ich bin dritter! Stark, Digga! Boah! Schön! Nice! Der ist war gerade irgendwie ganz, ganz unten jetzt. Kommt noch in die Runde. Alle guten Dinger sind immer fünf. An der Stelle YouTube. Wenn ihr mehr von BO2 haben wollt. Ich denke mal, ich spiele es gerade. Es ist wirklich seit langem mal wieder das erste Mal. Wenn ihr mehr davon haben wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Lasst mir immer einen Daumen nach oben. Abonnieren, Glocke. Ich will nicht vergessen. Kommt gerne in meinen Twitch-Livestream. Wir sind immer montags, mittwochs. Und sonntags sind wir live. 19 Uhr. Da zocken wir alles, was das Herz begehrt. Deswegen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Macht euch einen Entspannten. Wir sehen uns. Peace.